Alexa, wie wird das Wetter heute? Das Wetter wird heute so wie du, hässlich. Hey, nicht so frech. Sag mir wenigstens, ob ich eine Jacke brauche. Bei deiner Fresse wohl eher eine Gesichtsbedeckung. Hey, was ist dein Problem? Du. Micha! Ja? Was ist mit Alexa los? Ich habe Alexa wieder modifiziert. Schon wieder? Ja, frag sie mal, ob sie dir ein Taxi rufen kann. Alexa, ruf mir ein Taxi. Geht auch ein Leichenwagen? Da würde ich dich gerne sehen. Tschö mit Ö. Misha! Ow!